Hey ihr Freunde von teuflischen Mächten, willkommen zurück zu Evil Dead The Game Party Down. Das nächste Level machen wir jetzt mal hier, zack, zack, zack. Wir wollen trinken, Kapitel 2. Die schlechte Nachricht ist, dass ein paar Punks Ashs klassischen Wagen gestohlen haben. Die wirklich schlechte Nachricht ist, dass das Necronomicon im Kofferraum war. Wenn die Diebe damit schabernackt treiben, sind wir alle am Arsch. Aber Ash hat einen Plan, er lockt sie zurück und ich konnte nicht mehr lesen. Okay, was müssen wir machen? Sammle die Flaschen Wiseman Brew. Okay, große Party. Stell Wiseman Brew bereit und lass die Party beginnen. Was ist das für ein Handschuh? Oxhandschuhe, ha? Große Party. Wiseman Brew. Weichhölzer. Spezialwaffen Munizio, was ist das denn? Nice. Ich bin mal gespannt, hier muss ich auch eine Waffe geben. Oh, ein Zauberstab. Ah, der Boomstick. Ich wollte gerade sagen, die haben den hier Zauberstab genannt, nicht Boomstick. Schaufel. Hey, if I can hold it, I can slay a Jedi. Aber ich glaube, ich behalte mal den Boomstick. Das ist ja Ashs Signature-Waffe eigentlich. Bam. Alles klar, holen wir uns mal die Flaschen hier. Alles am Royal Oak Friedhof. Ich würde das cool mit der Schaufel. Oh. Oh, ich wollte sie doch quatschen hier. Ah, bam. Das ist die Schaufel. Ja. Oh, Leute. Ich liebe diese Kills. Die sind so gut. Die sind einfach nur gut. Was ist da vorne so rot? Das ist ein Feuer. Ach ja, das ist ein Feuer. Okay. Vergiss es. Ja, wo seid ihr? Oh. Alter. Bang, bang. Tell your buddy, stay away. Ah, Schnetzel. Geil. Leute, das ist genau mein Schnetzel-Grad hier. Die Schweine-Backe. Alter. Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Die Leute hier auseinandergenommen werden. Was haben wir hier? Oh, ist mein Bro. Ich wollte gerade sagen, das wird bestimmt nicht cool jetzt hier. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ah. Hey. Headshot, du Sau. Oh. Ich muss mal ein bisschen Cola trinken. Und mal ein Amulettchen konserviere ich noch. Ah, eine Armwurst. Ey, kannst du mal aufhören jetzt? Kopf ab! Die Armbrust, die ist auch noch legendär. Dafür brauche ich halt die Spezial-Mission, äh, Mission-Munition, denke ich mal. Kurzwaffe, habe ich nicht, aber egal. Oh, oh. Legendäre Pistole, ich behalte die Armbrust. Erstmal. Ja, ich finde es schön, die Mission besteht immer daraus, Leute kalt zu machen, beziehungsweise... Oh, habe ich schon aufgesammelt? Rotflinte. Ah, ich weiß nicht. Eigentlich gefällt mir sowas wie eine Pistole ganz gut, aber eine Armbrust ist halt was Spezielles, ne? Da musst du schon mal reinballern mit dem Teil jetzt. Oh! Die Bäume schlagen aus. Ich habe schon gedacht, irgendwas ist hier faul. Äh, äh. Zapf ins Gesicht. So. Ein bisschen Angst. Ja. Ich finde, die Sprüche hier haben in der Zeit ein bisschen platt, aber gut. Ist das echt Bruce Campbell, der das sagt? So, ich würde gerne mal... Ah, ich brauche die ganzen Nahkampfwaffen noch, Leute, für die ganzen Kills. Ich will sehen... Kann ich das Messer nehmen? Das ist echt blutig hier. Ich will doch die ganzen anderen Finisher haben, Leute. Die von der Kettensäge sind ja schon sehr geil. Aber... Ja, vielleicht nochmal mit so einem Schwert oder sowas. Achso, die haben schon geschrieben, Henry der Rote, der war im dritten Film, also im Armee der Finsternis. Da, tu, Verata. Fress die Schaufel, du Schaufelfresse. Alter. Es ist so abartig geil, dieses Spiel. Und ja, ich bin ganz stumpf. Ich brauche Metzl und mehr brauche ich eigentlich nicht, dass es mir Spaß macht. Na, so ist es mal. Was ich noch nicht so mag, immer dieses Knopf gedrückt halten. Das ist so eine Krankheit vom Gamepad irgendwie. Die wollen einen immer die Knöpfe gedrückt lassen. Als Interaktion. Da bleibe ich da einfach nur ganz kurz drücken und schon habe ich den Gegenstand. Das wäre mir doch schon genug. Wie komisch aus. Oh, ich habe es gewusst. Hier. Hier, friss die Schaufel. Oh, das ist nicht so geil, dass die Kamera immer so komisch rumglitscht. Also was heißt rumglitscht? Ich kann sie ja selber drehen, aber es ist halt dann oft so in der Wand drin ein bisschen. Hi. Na? Das ist das Beste. Dieser Kopfabsterben-Move. Das ist ein Schluck-Pola. Ich suche mal die Häuser, Leute, sonst wird der Part wieder so kurz, ne? Ich kann die halt leider nicht länger machen. Boah. Äh, 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 shit. Ne, 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 bleib mal. Danke. Super komischer Punk. Wer ist denn noch einen? Wer ist denn noch einen? Ne? Ja, aktuell geht leider nicht mehr, Leute. Wer ist denn noch einen? Oh, okay. Wer will noch einen? Wer will noch einen? War da draußen einer? Oh, okay. Ja, ich glaube, ich werde mal eine andere Waffe aufsammeln. Ich will ja auch ein bisschen Variationen hier drin haben. Vor allem auch für mich. Einfacher zu machen. So. Wir gucken mal in das Haus und dann hole ich mir das Brewzeug. Ja. Ich gehe hier auch nochmal zurück und hole mir die Pistole. Oh. Oh. Ist sie schon tot? Ja. Oh. Hahaha. Weiß die Schrot. Gut, die ist halt schlechter, aber die ist halt schneller auch, ne? Hier wieder sowas verschwommenes. Oh, ich sollte die Taschenlapper eigentlich nicht die ganze Zeit anhaben. Okay, ich lass das mal so. Na komm, wir holen uns mal die Flasche hier. Auch nur eine normale, schade. Zehn Grundtode. Ah, die Backu. Oh. Hat der mich so ganz weh und hat was fallen lassen. Ja, drei Schuss. Ach, dann duckt er sich. Hey, na? Ha! Oh, wie cool. Was für... Wie viel war das denn, bitte, Ash? Wär ja richtig cool. Oh ja. Oh, so richtig schön brutal. Bis sie alle sterben. So, was haben wir hier noch? Cola. Ein Schlückchen. Hey, never too early for his shimps. Das sind halt so die ganzen Insider aus der Serie, ne? Oder aus den Filmen. Muss man, glaube ich, aber auch nicht kennen, um hier Spaß zu haben bei dem Spiel. Aber wisst ihr was? Ich geh wieder zurück und hol mir mal die Pistole jetzt. Das machen wir hier drin. Ist wahrscheinlich auch nichts Gutes. Hab schon lang keine Kisten mehr bekommen, oder? Guck mal, man hat volles Geschwindigkeitsgefühl. Ist ja halt auch schon der alte Ash, ne? Also, Bruce Campbell ist ja schon ein bisschen was älter. Aber trotzdem, guck mal, wenn man rennt, es hat volles Geschwindigkeitsgefühl. Aber er ist halt echt nicht so schnell. So, wo war nochmal der Friedhof? Warte, ist nicht... Auf jeden Fall ganz nördlich. So. Den, 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 den. Harrys Haus. Harrys Houses. Was ist denn? Schade, da ist die Karte schon zu Ende. Wenn ihr hier war, ne? Da ist der Friedhof. Achso, mit E. War ja was. Da war die Pistole. Ja. Zack, zack. Warum ist das? Warum ist mein Handschuh so rot? War das ein Warnsignal? Ne, wahrscheinlich nicht. Alles gut. Ich finde, das mit der Angst ist irgendwie ein bisschen... Ich weiß ja auch nicht. Weißt du, das ist halt Ash, ne? Der krasseste Dämonen-Metzlar überhaupt. Und der hat doch keine Angst, Kinder. Kannst du mir nicht erzählen. So, haben wir hier noch was? Oh, 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 oh. Die müssen sich aber schon ankündigen. Strunz-dummen Dämonen. So, ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Die Symbol da, meine ich. So ne Art Schreien hier, oder was? Kann ich da irgendwas machen? Vielleicht kann man da Mitspieler wieder beleben, oder was? Oh, Alter. Tricksteil. Oh, Max, ich hole mal ganz schnell hier ein bisschen. Ja, hab ein bisschen Angst hier. So, schon besser. Ja, es geht, komm. Alles klar. Ja. Vier. Neun. Ja. 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 Ja, sogar die großen kannst du einfach mal wegballern mit der Pistole. Ja. 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 Ja, ich kann und weil ich nicht in Notlage geraten möchte. Ja. 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 Das werde ich jetzt auch irgendwann mal noch spielen. Ich weiß nur, ich hab's damals gezockt, als es rauskam. Und ich fand's doch sehr frustig, muss ich sagen, als Teenager. Ich weiß gar nicht, ist schon ewig her, wirklich, ist schon uralt das Spiel. Ja. 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 Ja, wie man einfach nicht finishen kann, den Penner. Das hat schon wieder die Ausdauer voll hat. Ja. Ja. Da hat schon wieder einer geschrien. In der Oben gibt's doch bestimmt... Ja, bisschen Cola. Baut jetzt nicht. Ich hab gerade aber ein Amulett den ganzen Level gefunden. Oh, das war's. Till the wheels fall off. Trauerkleidung. Nobi Aufnahme 2 und Mission Töte sie alle. Du hast genug Wiseman Broome, um die Party zu starten. Die Autoknacker werden nicht widerstehen können. Ja, wie gesagt, die Missionen sind echt kurz. Schade eigentlich, ne? Aber wir hören uns nochmal die Aufnahme an. Äh, wo haben wir es denn? Extras, genau, bei Extras war das hier. Annie Nobi. Das ist Annie Nobi, in den Ruinen des Kastel Kandar. Mein Vater hat eine wunderschöne Erkrankung vor dieser Woche gemacht. An ancient volume in surprisingly preserved condition. It is fully illustrated and includes extensive text that we identified as Sumerian. This would place the date of the book's writing sometime between 3100 and 2500 BCE, thousands of years before the construction of the castle itself, and most likely in southern Mesopotamia. Upon further examination, we found that the book was missing several pages. I am happy to report, that upon my exploration of a deep pit beneath the ground of the castle courtyard, I located and retrieved all of the missing pages. Tomorrow I will leave Castle Kandar for the United States, where I will rejoin Ed Getley and my parents to study and translate the book in full. Yeah, und das war die Aufnahme. Und ich glaube sonst haben wir auch nichts mehr. Ja, überleben wir gegen Dämonen, ich weiß nicht, das wird's wohl so sein. Und online spielen, erst mal gucken. Addons prüfen haben wir auch noch nicht. Alles klar, Leute, das war's dann leider schon für diesen Part. Nächste Mission kommt dann morgen wieder. Es geht halt leider gerade nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock drauf. Und wir sehen uns wieder zu Evil Dead The Game. Bis dann, ciao.